Jo Leute, hier ist JTV und herzlich willkommen zu meinem dritten Video. Und heute geht es auf jeden Fall um das Thema Freundschaft. Wie schon gesagt, heute ist das Thema Freundschaft und ich hatte einen sehr guten Freund. Und bis vor kurzer Zeit habe ich das auch noch geglaubt. Das Ganze habe ich gedacht, weil wir immer in der Mittagspause, er mal was gezahlt hat oder ich. Und wir auch öfters in der Schule gechillt haben. Und er auch mit mir über alles reden konnte und mich auch so akzeptiert hat, wie ich bin. Auf einmal war es so gewesen, dass er nicht mehr so viel zahlen musste und nur noch ich. Das Ganze fing auf jeden Fall mal im November an. Und da ging es dann nicht mehr ums Essen zahlen, sondern da wollte er wirklich Geld haben, nur noch von mir für seinen Führerschein. Mittlerweile habe ich ihm schon um die ca. 2000 Euro gegeben. Und er hat immer noch keinen Führerschein und kein Auto gekauft. Und melden tut er sich auch gar nicht mehr. Und wie werdet ihr euch an meiner Stelle fühlen? Oder wie würdet ihr reagieren? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal, euer JTV.